Du bist zu nett. Du bist viel zu nett. Das sage ich ganz oft zu mir selber nach gewissen Situationen, weil ich oft das Gefühl habe, ich will es jedem recht machen. Und falls du auch so harmoniebedürftig bist und selber unter deiner Nettigkeit leidest, weil es dir so wichtig ist, von anderen gemocht zu werden, dann ist diese Podcast-Folge heute genau die richtige für dich. Hallo und herzlich willkommen im Good Vibes Podcast, deine Show für ein glückliches Leben. Mein Name ist Marcel Clementi. Los geht's. Diese Folge wollte ich schon so, so lange aufnehmen, weil ich von meiner Patreon-Community weiß, dass es ganz vielen so geht. Falls du auch dazugehörst, dann frei mir, dir in dieser Folge meine Tipps zu geben bzw. drei Situationen mit dir zu teilen, an denen meine Nettigkeit geprüft worden ist. Jeder will natürlich gemocht werden. Kein Mensch mag gerne Konflikte, mag gerne Streitereien. Natürlich wird es ein paar Ausnahmen geben, die das brauchen. Aber ich denke, wir zwei, wir haben gerne Harmonie. Die große Herausforderung ist es dabei festzustellen, sprich da jetzt mein Ego und will ich einfach nur meinen Sturkopf durchsetzen und muss ich mich jetzt wehren, weil mich jemand unrecht behandelt oder nutzt wirklich jemand meine Nettigkeit aus und ist es wirklich an der Zeit, dass ich jetzt meinen Mund aufmache, weil wenn ich das nicht tue, dann ärgere ich mich im Nachhinein. So geht es mir ganz oft und das ist wirklich ein persönliches Problem, das ich gehabt habe. Aber in letzter Zeit habe ich mich intensiv damit befasst. Ich sage wie immer nicht, dass das alles richtig ist, was ich in dem Podcast sage. Ich teile ja nur meine persönliche Meinung und hoffe, dass ich dir da helfen kann, dass du das nächste Mal, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst, dich traust, den Mund aufzumachen. Es gibt auch ein Buch, das mir in diesem Bereich wirklich sehr geholfen hat. Ich habe diesen Titel schon mit meiner Patreon-Community geteilt und teile es auch mit dir am Ende dieser Folge. Also unbedingt bis zum Schluss dranbleiben. Situation Nummer 1. Ich habe es vor kurzem in einer Folge erwähnt. Ich war ja in Köln für ein Wochenende und habe mir da einen Transfer organisiert. Also kein Taxi direkt, sondern ein geteiltes Taxi. Der holt dich aber von zu Hause ab und führt dich dann zum Flughafen. Ich war der letzte Gast, der in das Taxi eingestiegen ist. Es war sehr, sehr früh. Also ich glaube so 5.30 Uhr war der bei mir und es war eine zweistündige Autofahrt zum Flughafen. Ich steige in dieses Taxi ein. Die anderen Leute waren schon wach, aber es war halt eine sozusagen müde Stimmung in diesem Taxi. Der Taxifahrer fährt los und zu meiner großen Überraschung, oder nicht wirklich Überraschung, eher großen Enttäuschung, hört er Radio. Und an dieser Stelle muss ich ehrlich sagen, ich bin überhaupt kein Fan von Radio. Ich finde das verrückt, dass da einfach jeden Tag dieselbe Musik läuft und das wirklich mehrmals am Tag und auch so alte Lieder, keine Ahnung, Black Eyed Peas und was man halt früher so kocht hat, bring the action. Und wenn ich das schon höre, dann verstehe ich nicht, warum man nicht auf irgendwelchen Medien, so wie Spotify, entweder natürlich einen Podcast hört oder sich die Musik selber aussucht. Aber ja, der war noch ein bisschen oldschool und hat Radio gehört. Gleichzeitig finde ich es furchtbar, dass alle paar Minuten Werbung kommt, beziehungsweise nicht nur Werbung, sondern dann auch die Nachrichten. Und um ganz ehrlich zu sein, was interessiert mich, ein Stau in Wien oder dass ein Auto brennt in der Steiermark, wenn ich gerade in Tirol unterwegs bin oder zu Hause bin, wenn ich nicht einmal im Auto bin. Was interessiert mich dann diese Verkehrswarnung? Auf jeden Fall sitze ich ganz früh, um das nochmal zu betonen, in diesem Taxi. Und der Taxifahrer hört lautstark, also wirklich laut, seine Radiomusik. Und es war irgendein traditioneller Sender, es war Volksmusik. Und was macht man im ersten Moment? Natürlich, ich habe Kopfhörer mit dabei, habe mir gedacht, ist jetzt nicht so schlimm, ich tue meine Kopfhörer rein und höre dann meine eigene Musik. Habe die Kopfhörer reingesteckt, habe mir Klaviermusik angehocht, was jetzt auch nicht für jeden der Fall ist, aber deswegen verwende ich ja meine Kopfhörer. Und trotzdem habe ich den Radio durchgekehrt, trotzdem habe ich jede Verkehrsmeldung durchgehört, durch die Kopfhörer, obwohl ich sehr laut aufgedreht habe und es hat mich geärgert. Ich habe dann beobachtet, okay, was machen die anderen Gäste, weil ich bin ja nicht allein im Taxi. Die haben entspannt reingeschaut und da hat mein innerer Konflikt gestartet. Und vielleicht kennst du das. Das ist so die Mischung zwischen, sage ich jetzt was oder sage ich nichts. Ist das jetzt egoistisch, wenn ich sage, er soll ein bisschen leiser machen, weil die anderen stört es ja auch nicht. Auf der anderen Seite, ich zahle viel Geld für diese Taxifahrt, dann will ich auch, dass es angenehm ist. Da geht es jetzt nicht um zehn Minuten, sondern um zwei Stunden. Es ist fünf Uhr dreißig, muss der denn so laut horchen? Du kennst es sicher aus irgendeiner Situation. Und meine Frage, bevor ich dir jetzt weitererzähle, wie hättest du reagiert? Ganz ehrlich. Jetzt nicht sofort sagen, ja, ich hätte sofort gesagt, was ist denn da los? Sondern wirklich ganz ehrlich. Unter uns zwei. Das ist ja das Ziel vom Podcast, ein ehrliches Gespräch. Ganz ehrlich. Bei mir war es so, ich war dann eben in diesem Zwiespalt, nicht nur für ein paar Minuten, sondern wirklich für 15 Minuten, habe ich immer wieder die Kopfhörer rausgetan, kurz überlegt, ist es wirklich so laut, die Kopfhörer wieder reingetan, lauter geschalten, andere Musik ausgewählt, die lauter ist als Klaviermusik, bis es dann aus mir rausgeplatzt ist, ohne wirklich lang drüber nachzudenken. Und ich habe gesagt, meine Entschuldigung, könnten Sie vielleicht den Radio ein bisschen leiser machen? Vielen Dank. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Ich war nicht frech, ich habe nicht gesagt, ich mache leiser, oder könntest du mal leiser machen, oder schalte es aus, sondern einfach höflich und bestimmt, könnten Sie das bitte leiser machen? Er war nicht positiv angetan, nennen wir es mal so, hat nicht wirklich die Mine verzerrt, und hat einfach um ein Stricherelle leiser gemacht. Es war nicht viel, aber ich war einfach stolz auf mich, dass ich den Mund aufgemacht habe. Ob das dann wirklich leiser war oder nicht, ich bin jetzt dann nicht der Typ, muss ich ehrlich sagen, der dann weiter streiten würde und sagt noch leiser, ich bin froh, dass ich einfach den Mund aufgemacht habe und war sehr stolz auf mich. Beispiel Nummer zwei, ich habe ein Jahresabo beim Friseur, ich kann das wirklich gerade allen Männern nur empfehlen, weil die Hemmung zum Friseur zu gehen, zu sagen, nein, es geht schon noch ein bisschen, ist viel geringer, man geht hin, man hat schon gezahlt, man lasst sich nachschneiden, ausrasieren und ich habe mir da das ganze Wohlfühlpaket gegönnt mit Massage, also mit Kopfmassage und ich freue mich jedes Mal, wenn ich zu meiner Friseurin gehe, die ist super. Allerdings bin ich umgezogen und habe somit den Salon gewechselt, aber bin nur immer bei derselben Kette und war dann dort beim Friseur, habe meinen Termin ausgemacht und habe ein bisschen länger warten müssen als sonst. Jemand, der großen Wert auf seine Zeit legt, mittlerweile, falls du mehrere Folgen von diesem Podcast hörst, wirst du, Zeit und Energie sind unsere größten Geschenke und ich verbringe meine Zeit nicht gerne, um auf Dinge zu warten. Überhaupt, wenn ich einen Termin ausmache, dann hätte ich gern, dass es ungefähr sich an diese Zeit haltet. Ich verstehe, dass nicht immer alles nach Plan laufen kann, aber das ist ja der Sinn, dass man einen Termin ausmacht. Ich lege einen großen Wert auf Pünktlichkeit bei mir selber und erwarte mir das dann auch von anderen. Wenn ich selber immer unpünktlich wäre, dann finde ich, wäre das ungerecht, aber an dieser Stelle muss ich sagen, ich bin sehr achtsam mit meiner Zeit und deswegen hat mich das ein bisschen gestört, dass ich da 20 Minuten warten habe müssen. Aber ich habe mich da nicht rausbringen lassen, war trotzdem sehr höflich und freundlich und es war alles super. Ich habe dann die Haarquaschen gekriegt, sie hat geschnitten und während dem Schneiden macht sie eine Pause und geht zu jemand anderem und dann habe ich wieder zehn Minuten gewartet. Also in Summe schon eine halbe Stunde, was einfach finde ich für einen Herrenhaarschnitt, der insgesamt eine halbe Stunde dauert, schon sehr lange. Und irgendwie habe ich gewusst und das ist der schöne Moment, wenn man sich vorbereiten kann, etwas zu sagen, so wie auch bei einem Taxi fahren. Ich finde es oft schwieriger, direkt im Konflikt, wenn jemand sagt, hey, mach das und das, kürzlich eine Nachbarin hat gesagt, hey, lass die Hunde nicht da hinbieseln, das ist unser Grund, obwohl es ein öffentlicher Grund war, es ist eine öffentliche Straße und da bist du im ersten Moment so baff, dass du gar nicht weißt, was zu sagen. Aber in Momenten, wo du dich darauf vorbereiten kannst, wie jetzt bei der Taxifahrt oder auch bei dem Friseur, ist es leichter, sich durchzusetzen und nicht zu nett zu sein, nicht zu sehr in dieses alte Muster zu verfallen. Und ich habe gewusst, okay, wie wird es denn jetzt mit meiner Kopfmassage sein? Ich habe das Abo und ich habe für die Kopfmassage bezahlt. Und natürlich, der Haarschnitt ist fertig und normalerweise würde jetzt der Moment der Kopfmassage kommen und sie sagt, tut mir leid, aber für die Kopfmassage habe ich heute keine Zeit, beim nächsten Mal wieder. Wie hättest du reagiert? Ehrlich wieder. Nicht, wie reagiert man in der Theorie, sondern versetzt dich kurz in die Situation. Vielleicht hast du kürzlich etwas Ähnliches erlebt. Dann ist es noch leichter, ehrlich zu antworten aus Erfahrung, nämlich, hättest du was gesagt oder wäre ich aufgestanden und gegangen? Oder hättest du kein Trinkgeld geben? Wie hättest du diese Situation geklärt? Ich habe mich zu ihr umgedreht, ihr in die Augen geschaut und habe gesagt, ich liebe dich. Sorry. Das habe ich jetzt einfach sagen, es hat so komisch geklungen. Ich habe mir umgedreht, ihr in die Augen geschaut. Also ich habe es nicht durch den Spiegel geschaut und gesagt, hey, na, so geht es nicht, sondern mir wirklich, damit es persönlicher ist, zu ihr umgedreht und habe gesagt, ich habe für die Massage schon bezahlt bei diesem Abo und ich hätte jetzt schon noch gerne. und sie war ganz erschrocken, erstaunt. Wahrscheinlich ist es auch oft ungewohnt, das hat vielleicht was mit dem Alter zu tun, wenn man jünger wirkt oder wenn das Gegenüber wesentlich älter ist und die nicht gewohnt sind, dass sich jemand meldet, weil das ist ja nicht die Norm, dass jemand den Mund aufmacht, wenn ihm etwas nicht passt. Eher dann im Nachhinein, dass jemand eine Einsternebewertung gibt oder halt sich über alle anderen dann aufregt, also bei den Freunden, bei den Verwandten, man weiß nicht, was mir heute beim Friseur passiert ist, das wäre natürlich die viel leichtere Variante. Ich hätte einfach nichts sagen können, gehen und dann heimkommen und zu meiner Freundin sagen, man weiß nicht, was mir heute passiert ist, da braucht man beide nicht mehr hingehen. Das ist die einfachere Variante. Aber den Mund aufzumachen und zu sagen, hey, das ist nicht korrekt, wie du mich gerade behandelst oder wie die Situation gerade ist, das erfordert Mut. Und ich sage nicht, dass ich diesen Mut immer habe und immer aufbringe, aber je öfter man es schafft, diesen Mut aufzubringen, desto leichter wird es. Und deswegen habe ich auch da wieder gesagt, hey, ich hätte die Massage schon gern und sie hat mich massiert. Die Massage war katastrophal, natürlich nur schnell, schnell, hudl, hudl und die hat jetzt natürlich negative Emotionen dann, wenn ich quasi eine Kritik abgib. Ich fahre jetzt wieder zu meiner anderen Friseurin, ist zwar eine weitere Strecke, aber es lohnt sich. Und die nimmt sich auch in stressigen Situationen die Zeit für die Massage. Also finde die richtige Masseurin, wollte ich sagen, die richtige Friseurin, wo du dich wohlfühlst, aber es ist besser, die Dinge auszusprechen, als wie den Fust in dich hineinzufressen. Oder dann alle anderen Menschen um dich herum mit dieser negativen Energie anzustecken. So ist es auch mal raus und die Sache hat sich erledigt. Du bist total gestresst, hast das Gefühl, ständig zu wenig Zeit zu haben, vor allem zu wenig Zeit für die wirklich wichtigen Dinge und wünschst dir mehr Schwung und wieder mehr Energie in deinem Leben. Dann nimm dir die Zeit und komm auf ein Yoga-Wochenende mit mir bei meinem Wellbeing Retreat. Ich zeige dir nicht nur meine persönliche Morgenroutine, um mit voller Kraft und Energie in den Tag zu starten, sondern du lernst auch mehr über Yoga, über Meditation und Atemtechniken, um einerseits Stress abzubauen, aber auch wieder mehr Balance zu finden. Wir erwarten dort spannende Vorträge, du lernst mehr über Journaling und wie du deine Gedanken ordnen kannst und so mehr im Moment dein Leben genießen lernst. Kreiere das Leben deiner Träume, finde wieder mehr Balance und komm auf ein Yoga Retreat mit mir. Alle Infos dazu in der Video- oder Podcast-Beschreibung oder auf meiner Webseite www.marcelclementioga.com oder ich freue mich, wenn wir ein schönes Wochenende gemeinsam verbringen. Da ist auch dann Wellness, Spa, Erholung, Entspannung, leckeres Essen und gemeinsame Gespräche mit am Programm. Ich freue mich, wenn wir uns persönlich kennenlernen. Für meine Podcast-Community habe ich jetzt ein ganz besonderes Angebot von Falkensteiner Hotels und zwar gibt es minus 15% auf exklusive Midweek-Aufenthalte mit dem Code Marcel Clementi. Also Falkensteiner, mein Partner für Yoga Retreats und deine Wahl für ein entspanntes Wochenende alleine oder gemeinsam mit deinem Partner, mit deiner Familie, such dir einfach eine schöne Destination aus und lass es dir mal wieder so richtig gut gehen. Und da gibt es minus 15% mit dem Code Marcel Clementi. Den Link findest du in der Podcast und Videobeschreibung. Und die dritte Situation. Ich gehe nicht oft Kleidung kaufen. Ich bin da ein Minimalist. Muss ich ehrlich. Minimalist? Ein Minimalist. Da kommt der Tiroler wieder durch. Muss ich ehrlich sagen. Also man sieht, ich habe meistens in den Videos dasselbe an. Ein schwarzes T-Shirt, irgendein Jogger oder mal ein Hemd, damit es seriös ausschaut. Wobei es geht ja darum, dass man sich in der Kleidung wohlfühlt. Auf jeden Fall komme ich zum Punkt, ich gehe nicht oft Kleidung kaufen, weil das ist immer so ein zeitlicher Aufwand und ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem, was ich habe. Auch ohne eigentlich. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Auch das Wort eigentlich sollten wir streichen. Das verwenden wir alle viel zu oft. und gehe in dieses Kleidungsgeschäft, weil ich neue Wanderschuhe brauche. Und auch aus der Folge, der Podcast-Folge Mein Herz wurde gebrochen, die Begegnung mit dem Filou, habe ich dir erzählt, mir ist die Schuhsohle runtergebrochen beim Wandern, weil es so fest geregnet hat. Und Bergschuhe, das ist was, die muss man einfach probieren gehen. Und das habe ich gemacht, bin in ein Geschäft gegangen, in ein Sportgeschäft, die auf Outdoor, wie sage ich, fokussiert sind. Also das ist deren Spezialität, das ist nur der Red. Und die Verkäuferin war gerade beschäftigt, beziehungsweise zuerst war ein Verkäufer da, der Verkäufer war beschäftigt. Ich habe gewartet, bis der frei wird. Das hat zehn Minuten gedauert. Ich habe dabei geschaut, was es halt so für Angebot gibt und mal überlegt, was würde mir denn gefallen. Und dann war der frei, hat mir allerdings nur so lala beraten, muss ich an der Stelle sagen. Aber wie es das Schicksal so will, ist dann eine Kollegin gekommen und hat ihn woanders hingeschickt und hat gesagt, ich übernehme einfach deinen Kunden. Das war dann ganz ein nettes, junges Mädel, dem er dann verschiedene Modelle gezeigt hat, die habe ich anprobiert und war bei einem Modell ja, so ziemlich sicher, dass ich es nehme, aber wir waren noch nicht fertig. Währenddessen hat sich eine Frau neben uns hingesetzt, hat dabei so ein bisschen geschaut, sich selber Schuhe geschnappt, die anprobiert und probiert die so an, schaut mich an und ich lächle ihr zu. Und warum betone ich das so? Weil ich denke, dass oft, wenn man nett ausschaut oder wenn man für nett gehalten wird, dass das leider oft ausgenutzt wird. Der Nette, der immer nett ist, von dem kann man eh alles haben. Das ist so das Mindset. Und das habe ich in dieser Situation gemerkt, weil ab da, davor hat sie nie etwas gesagt, aber ab diesem Moment, wo ich diese Frau angelächelt habe, hat sie zurückgelächelt, hat sich zur Verkäuferin gedreht und hat gesagt, Entschuldigung, gibt es das Modell auch in der und der Größe oder habt ihr da noch anderes, was passen könnte? Und das Nette, auch wieder nette Mädel, die Studentin, hätte ja sagen können, Entschuldigung, ich bin noch bei dem Herrn, aber hat gesagt, ich schaue nach und ist weggangen. Wie hättest du reagiert? Wieder kurz eine Pause für dich. Wie hättest du reagiert? Hättest du gewartet, bis sie jetzt das Badel Schuhe bringt und hättest du dann einfach weitergemacht? Oder was hättest du gemacht? Das Mädel ist zurückgekommen mit den Schuhen. Ich habe mir das kurz angeschaut, sie hat die Schuhe auch ausgepackt, die Frau hat die anprobiert, hat weitere Fragen gestellt und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, Entschuldigung, wir sind ja noch nicht fertig, können wir das bitte fertig machen, weil ich habe nicht so viel Zeit. Und die Studentin hat gesagt, oh ja, Entschuldigung, natürlich und die Frau hat gemeint, oh, habe ich dir jetzt die Verkäuferin weggeschnappt? Ah, das wollte ich nicht. Lüge, sicher wolltest du es. Hast du ja gemacht. Wenn du es nicht wollen würdest, warum tust du es? Vielleicht aus Unachtsamkeit, aus Gewohnheit, aber nicht mit mir. Und das finde ich ganz entscheidend. Nicht mit mir. Und auch nicht mit dir. Das hat was mit Respekt zu tun und das hat was mit Selbstwert zu tun. Ich habe vorher gewartet. Ich erwarte mir auch, dass die nächste Person wartet, wenn ich dran bin. Das ist nur fair. Ja, so viel Respekt habe ich für mich selber. Und die Studentin ist dann, also die Verkäuferin ist dann kämen und hat gesagt, Entschuldigung, natürlich schauen wir gleich und ich wollte auch noch eine Hose zum Wandern. Dann haben wir uns die angeschaut und dann sagt sie, ich zeige dir jetzt ganz schnell die Hose, weil du hast ja nicht so viel Zeit. Und dann habe ich ihr berichtet, ich habe schon Zeit, ich wollte einfach nur, dass wir das zuerst fertig machen, weil ich habe auch gewartet. und das finde ich dann nicht korrekt, wenn jemand anderer da dazwischen redet. Und sie war so überrascht, dass sie mich getraut hat, das anzusprechen und hat gleich gemeint, ich kenne das, mir geht das auch oft so, ich habe jetzt gar nicht gewusst, wie ich mit der Situation umgehen soll. Echt danke, toller Tipp. Ja, dann schauen wir uns die Hosen in Ruhe an. Und die hat mich so toll beraten. Also falls sie diese Folge hört, ich habe ihr gesagt, ich werde diese Folge aufnehmen, dann ganz liebe Grüße. Und auch ihr habe ich dieses Buch empfohlen. Und das Buch heißt Den Netten beißen die Hunde. Den Netten beißen die Hunde, weil wenn du zu nett bist und es jemand lauert, wenn es jemand durchschaut, dann ist es viel leichter, dich auszunutzen. Oftmals kann man sich Dinge viel, viel besser merken mit Geschichten, deswegen habe ich gedacht, anstatt dir heute da einen ewig langen Vortrag zu halten, du bist zu nett, du musst dich durchsetzen. In der Theorie schaut es so aus. Ich wollte dir mal drei persönliche Beispiele erzählen, wie ich das so gemacht habe. Noch einmal, um das zu betonen, ich bin nicht perfekt, niemand ist das und das ist auch nicht mein Ziel. Man muss nicht immer alles richtig machen, aber man lernt. Und das nächste Mal, wenn du dich ärgerst, im Nachhinein, dann ist es zu spät. Aber du kannst dich dafür entscheiden, bewusst entscheiden, achtsam. Wenn du dich selber kennst und wenn die Situation beobachtest, und das lernen wir im Yoga, nicht zu urteilen emotional, hey, die nimmt mir jetzt die Verkäuferin weg, sondern einfach beobachten, hey, ich habe gewartet, ich bin an der Reihe, bin jetzt im Recht oder im Unrecht, hat das was mit meinem Ego zu tun und muss ihn jetzt aufmanteln oder beweisen? Nein. Einfach objektiv, sachlich mal drüber schauen und sagen, sollt ihr jetzt den Mund aufmachen oder nicht? Weil im Nachhinein zu ärgern und es mitzuziehen, ist sicherlich nicht der richtige Weg. Natürlich soll man trotzdem freundlich sein, man kann auch mal anderen den Vortritt lassen, mal jemanden in der Kasse, im Supermarkt, wenn jemand weniger Sachen hat, als du dich vorlassen, so was sein, so kleine Sachen, so kleine Gesten, die finde ich ganz viel ausmachen und es heißt nicht, dass du nicht nett sein sollst, bitte verstehe mich nicht falsch. Aber wenn du selber unter deiner Nettigkeit leidest, dann ist der Moment gekommen, wo du den Mund aufmachst, weil ansonsten wird sich auch nichts ändern. Abschließend eine Sache, die mir sehr geholfen hat, weil ich es doch jedem immer recht machen wollte und ja, kein Konflikt und kein Streit, aber der Nette wird auch nicht von jedem gemocht. Weil wenn jemand ständig nett ist und eine falsche Nettigkeit an den Tag bringt, dann geht dir das auch irgendwann auf die Nerven. Der Mille gleit, die ihre Grenzen kennen und man braucht es auch einmal, dass jemand ehrlich ist, authentisch ist und mal sagt, hey, so nicht. Also wenn du die Folge bis jetzt gehört hast und dir oft gedacht hast, ja Marcel, das finde ich super, dann bin ich jetzt mal nicht so nett und dann erwarte ich mir, dass du den Like-Warten drückst, diesen Kanal abonnierst und eine Fünf-Sterne-Bewertung abgibst. Das ist jetzt natürlich nur ein Scherz, ihr erwartet mir das nicht, aber es wäre eine riesengroße Unterstützung. Ich hoffe, dass du aus dieser Folge was mitnehmen kannst. Ich werde sicherlich noch einmal davon erzählen, weil das ist ein Thema, das uns ständig begleitet, damit du keine weiteren Folgen verpasst auf YouTube, genauso wie auf Spotify, Apple, da wo du den Podcast hörst. Abonnier den Podcast, das hilft uns allen weiter. Vielleicht schick diese Folge an zwei, drei deiner Freunde, die auch dazu neigen, zu nett zu sein und sich mal mehr durchsetzen sollten. Ich freue mich, wenn du die Podcast-Folge auf Social Media teilst. Ich freue mich auf den Austausch mit dir. Alle meine Angebote findest du wie immer auf meiner Webseite. Den Link dazu in der Video- und Podcast-Beschreibung. Vielleicht sehen wir uns nochmal auf einem Yoga-Retreat, wo wir uns eine schöne Zeit machen oder du träumst davon, Yoga-Lehrer oder Yoga-Lehrerin zu werden. Auch da gibt es tolle Angebote. Ich freue mich mega, wenn sie unsere Wege irgendwo treffen. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit und lass dich nicht ausnutzen. Nett sein ist schön, ist toll. Zu dir selber nett sein, vergiss auch das nicht, immer wieder auf dich zu schauen und genau deshalb ist es wichtig, mal was auszusprechen, wenn dir was stört. Das hilft allen Beteiligten weiter. Ja, wie du herrschst, wie du siehst, ihr könnt noch ewig weiterreden. Das ist wirklich ein Herzensthema. Ich will einfach, dass es dir gut geht. Das ist das Ziel von diesem Podcast, dass du achtsam erlebst, dass du glücklich bist und dass es dir gut tut. Bei mir tut es auch richtig gut. Ich freue mich jedes Mal, diese Folgen aufzunehmen und mit dir zu quatschen. Und bedanke mich an dieser Stelle für deine Unterstützung. Alles, alles Liebe und bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao, ciao.